Der Preisalarm des Tages. Im Preisalarm des Tages, da lassen wir uns heute erfrischen mit unserem 3D-Robo-Raumventilator. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Es ist nicht nur irgendein Raumventilator, sondern der hat die 3D-Funktion. Das heißt, der schwingt von links nach rechts und natürlich auch horizontal von oben nach unten. Und das ist eben das Schöne. Das heißt, hiermit haben wir eine 3D-Luftzirkulation. Also eine tolle Verteilung der angenehmen Brise und natürlich auch für den Winterbetrieb geeignet, weil dann die Heizungsluft hier ideal verteilt wird. Aber optisch ist das schon ein Highlight, oder Diana? Sieht super aus. So klein, kompakt, schwarz, sehr stylisch. Klein, kompakt, aber echt stark. Jetzt, ich fühle mich schon ein bisschen kühl. Ja, aber hier haben wir im Studio gerade 25 Grad. Das ist übrigens, das kann man sich nur auf diesem Display sehen. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Und ich finde, dieses Preis ist echt Wahnsinn. Das ist nur 44,99 Euro. Das ist unglaublich für diese solche, solche starke Winzillator. Das ist gar nichts. Und natürlich, sie bekommen das alles mit ihrer Bestellnummer NX 58,60 Euro. 68,50 und der 5,60 Euro. Genau. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, weil das ist mein Favorit, weil das kannst du auf der Küche nutzen, für Büro, für Wohnzimmer, auf der Terrasse oder Balkon. Ja, auch zum Beispiel, wann haben Sie, machen Sie Grill zum Beispiel abends, ja, kochen Sie was. Das ist super, oder? Sehr, sehr toll. Also, eigentlich für jede Lebenssituation gut geeignet, ob Sie kochen wollen, den Haushalt machen möchten, grillen oder einfach nur, ja, arbeiten möchten. Man kann sich das ja auch ins Büro mitnehmen, indem Sie den Laptop stellen, weil gerade jetzt das Konzentrieren fällt einem schon schwer. Man merkt das ja auch selbst, dass einem die Hitze ganz schön zu schaffen macht. Sie können das auch für die Nacht nutzen. Man hat hier den Schlafmodus, der ist ja besonders leise. Ja, und das ist eben das Schöne, wenn Sie dann schlafen möchten. Hier wird die Raumluft schön verteilt, stellen Sie sich einfach direkt vor das Fenster, dann kommt noch ein bisschen Sauerstoff mit rein. Also, das ist was ganz, ganz Tolles. Und dank der Timer-Funktion müssen Sie nicht mal mehr aufstehen, wenn Sie schon einmal schlafen. Sie stellen hier einfach 1 bis 10 Stunden ein und dann kann man in Ruhe schlummern. Ja, das ist super. Ich glaube auch, das kann auf dem Boden stehen, wenn Sie Haustiere haben, Sie brauchen auch etwas frische Luft, ja. Also, das kann auf dem Boden stehen, aber Sie machen diese 3D-Funktion und dann bekommen Sie frische Luft, Ihre Haustiere. Das ist einfach Wahnsinn. Und das alles bekommen Sie mit Ihrer Bestellnummer NX 5860 und die 569. NX 6850 und die 569. Das ist so heiß hier. Also, ich habe nur eine Hilfe, das ist mein Ventilator. Kostet nur 4499. Sie rufen uns an, Telefonnummer 0800, 51, 51, 3 mal die 4. Also, das ist super. Und ich finde cool, das ist schwarz. Ja, sehr, sehr stylisch. Sehr stylisch. Ja, und was wir heute sparen, das schauen wir uns mal gemeinsam an auf pearl.de. Da sehen Sie es, knapp 60 Euro ist ja schon ein super Preis. Wenn man bedenkt, wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 160 Euro. Aber nur heute im Preisalarm des Tages für 44,99 Euro greifen Sie zu. Ich gebe Ihnen nochmal die Bestellnummer, die NX 6850 und die 569. Und gerne auch mehrfach zugreifen fürs Kinderzimmer, fürs Schlafzimmer, fürs Wohnzimmer, für die Küche, Büro, Homeoffice, Badezimmer. Oh, und wir hören gerade, die Nachfrage ist heute richtig hoch. Ja, das zeigt uns natürlich auch, dass Sie clever sind, dass Sie jetzt bestellen, damit Sie dann den Sommer genießen können. Ja, ich glaube, wie hast du gesagt, besser mehr bestellen, weil das passt zu jedem Raum. Für Gästezimmer, für draußen, für drinnen. Einfach genießen Sie das Wetter. Ich glaube, Sie möchten auch nicht schwitzen. Und das ist nur Juni. Also wir haben den ganzen Sommer vor, also wir müssen bereit sein und ich hoffe, Sie bereiten sich auch. Und mit diesem Preis, Sie müssen das heute machen. 44,99 Euro. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Viel Spaß.